What the fuck, wie geil klingt denn das? Erstmal, dass da alle mitklatschen, die Stimmung, die Atmosphäre, der Vibe, die Gitarre, die Drums, richtig geil hart gespielt. Krass, gefällt mir jetzt schon, A Place From A Head, liebe ich. Fuck, geiler Spannungsaufbau. Jesus. Ja, 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 ja. Das klingt wirklich wahnsinnig gut. Emilys Stimme passt hierzu wirklich gut. Das ist so eine aussagekräftige Textzeile, es ist ja unfassbar. Ich will mit der Energie sein und nicht mit dem Feind. Passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ich mag die Gitarre hier, klingt cool. Ich mag die Gitarre hier. Ich mag die Gitarre hier, klingt wie du. What the fuck, das klingt vielleicht cool. Ist das Emily? Oh fuck ey, das klingt geil. Nee, es ist Johan, der spielt hier irgendein Sample ein. Baby, I wanna be like you may, you know. Yeah, don't mean to somebody. Fight, let's go! Let's go! I wanna be like you're a birthday, like you're crazy. You don't understand. Baby, I wanna be like you may, you know. Yeah, don't mean to somebody. Try to take the best of me away. Try to take the best of me away. Hey, what the fuck, den Part singt jetzt Mike? Ich sag's ungern, aber das ist das krasseste, was ich da jemals gehört habe. Das klingt, pff, what the fuck, alter. Hey, what the fuck, alter, finde nur ich, dass das, dass das ultra krass ist? Diese Untermalung mit dem Bass, normalerweise spielt ja Brad die Gitarre, aber da das hier der Bass ist, klingt ganz anders und das ist krass, alter. Hey, da kommt mir, da kommt mir. Hey, da kommt mir, da kommt mir fast die Tränen, das ist, das ist so schön, das klingt so geil, das ist so eine geile Änderung. Ich liebe Linken Park, mal ohne Spaß jetzt, welcher Band fällt denn sowas ein? Ich liebe Linken Park, mal ohne Spaß. Ich liebe Linken Park, mal ohne Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 What the fuck?